So ein schönes Auto. Gepflegt, der Lack glänzt, der Verkäufer versichert Unfallfreiheit. Doch warum ist da dieses ungute Gefühl in der Bauchgegend? Vielleicht stimmt da etwas nicht. Es ist einfach alles zu perfekt. Holen Sie sich Gewissheit über den Zustand Ihres Wunschgebrauchten. Schauen Sie mithilfe des SVS Kfz Thermografiezentrums Rhein-Main unter den Lack. Mit aktiver Thermografie lassen sich verdeckte Unfallschäden oder mangelhaft reparierte Karosserieschäden bildlich darstellen und belegen. Die Experten von SVS setzen dazu einen speziell entwickelten Thermografie-Fahrzeugscanner ein. Dabei wird die Fahrzeugkarosserie Stück für Stück mit dem Thermografie-Fahrzeugscanner ausgemessen. Aus den Einzelmessungen, also einer Vielzahl von Thermografiebildern, wird anschließend ein Gesamtbild, meist in Darstellung der kompletten Fahrzeugflanke erzeugt. Anhand der Auswertung können dann die SVS-Experten Rückschlüsse auf mögliche Vorschäden an der Karosserie des Fahrzeuges ziehen. Somit lässt sich beispielsweise feststellen und nachweislich belegen, ob das gegenständliche Fahrzeug auch tatsächlich unfallfrei ist oder der als harmlos geschilderte kleine, bereits instand gesetzte Schaden auch tatsächlich so klein war. Mit Ihrem Besuch im SVS Kfz Thermografiezentrum erhalten Sie so in nur 30 Minuten ein sicheres Gefühl und eine gute Entscheidungsbasis für den Kauf oder eben Nichtkauf des überprüften Autos. Wenn also Gebrauchtwagenkauf, dann davor ab zum Check in Ihr SVS Kfz Thermografiezentrum in Frankfurt am Main.